Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Blog. Der Blog rum das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Ihr seht, ich stehe heute vor dem Escape von der Firma Körmann. Neben mir steht der Felix Körmann. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los und es ist Time for Fun. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, neben mir steht Felix Körmann. Ja, Felix, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Ja, ich bin Felix Körmann, wie schon gesagt. Und das hier ist unser neues Fahrgeschäft, der Escape, womit wir in Düsseldorf Premiere gefeiert haben. Ja, das war echt spektakulär. Sie hatten einen Fahrer da, der das Fahrgeschäft eingeweiht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es für euch auch ein ganz besonderer Moment gewesen ist, wo ihr lange darauf hingefiebert habt, oder? Ja, vor allem, man stand auch jetzt endlich auf dem Platz, aufgebaut und war bereit, mit dem Fahrgeschäft zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, beim ersten Mal aufbauen, das ist so ein bisschen wie beim Lego-Set. Ich glaube, bis man alles so zusammengefunden hat und alle Teile zusammengepuzzelt hat, dauert beim ersten Mal wahrscheinlich auch ein bisschen länger, oder? Ja, das war jetzt unser erster kompletter Aufbau alleine. Klar, wir wussten, was wir machen müssen, aber dann liegt ein Teil dort, da in der Maschine, da im Container, irgendwo verteilt und das hält auf. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und wie lange habt ihr für den Aufbau bzw. Abbau jetzt hier in Düren gebraucht? In Düren habt ihr jetzt aufgebaut, in Düsseldorf habt ihr abgebaut. Was habt ihr so in der Zeit ungefähr dafür gebraucht? Das war jetzt in Düsseldorf, 11 Stunden kannst du sagen. 11 Stunden? 11 Stunden Abbau und dann war der dann komplett fertig abgebaut. Ja, und ihr habt noch eine ganze Menge Transporte. Ich glaube, du sagst, das sind vier Transporte für das Fahrgeschäft an sich. Ja. Und dann habt ihr noch mal zusätzlich zwei Mannschaftswagen bzw. Campingwagen dabei? Ja, ein Mannschaftswagen und ein Wohnwagen. Ein Wohnwagen, ja. Ja, ist echt cool. Und ich muss sagen, das Geschäft ist doch wirklich imposant, also wenn man das das erste Mal sieht. Und was mir besonders aufgefallen ist, wo wir hier gerade draufstehen, ist diese Riesenplatte. Kann das sein, Felix, dass es so eine Riesenplatte auf dem Fahrgeschäft noch nicht gegeben hat? Nein, diese Radscheibe hat einen Durchmesser von 20 Metern. Was Größeres gibt es im Moment nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was so der Durchmesser beim Brakedance zum Beispiel ist, aber ich denke, dass es auf jeden Fall unter 20 Meter wahrscheinlich ist. Ja. Und das ist schon imposant. Und das wirkt auch, also gerade wenn man fährt, also die Fahrt, ich bin den Escape jetzt schon mehrfach gefahren und mir gefällt das gut. Und ihr hattet ja das Ziel, dass es besonders familienfreundlich sein sollte, oder? Es ist kein Frillride. Mhm. Und es ist eine familienfreundliche Fahrt. Und wir hatten bis jetzt auch sehr viele Vielfahrer, die sehr oft eingestiegen sind. Das konnte man jetzt in Düsseldorf sehr gut beobachten. Und teilweise sind die zehnmal gefahren. Das ist Wahnsinn. Also ich muss sagen, mich macht das Ding auch süchtig. Ich kann dir auch sagen, warum. Dadurch, ich glaube, die Gondeln sind freipendelnd. Da greift nichts ein. Komplett. Die haben keine Motore. Die Hütchen da oben drauf. Darunter sind nur die Schleifringe untergebracht. Für die Stromübertragung. Aber keine Motoren. Komplett freischwingend. Und die Fahrt dadurch, dass es die Riesenplatte ist und die Gondeln, die stehen ja so ein bisschen, stehen ja relativ weit außen. Dadurch hat man auch so ein Gefühl, ich finde das so ein bisschen wie Segeln. Also ihr habt ja so verschiedene Fahrmodis, die ihr dann macht, mal langsamer, mal schneller. Aber gerade dieses langsame, freischwingende hat, und das Geschäft heißt ja hier Flight of Fear. Und man merkt einfach, es hat wirklich was von Fliegen, dieses entspannte Rumfahren. Ich finde, genau wie du sagst, es ist kein Swill Ride, es ist nicht zu krass, sondern hier kann man halt auch mit den Kindern draufgehen. Ich habe es freigegeben, ab welcher Körpergröße? Ab 1,20 Meter. Ab 1,20 Meter. Ja, das ist ja auch. Habt ihr eine Altersbeschränkung? Oder gibt es eine Empfehlung, was das Alter angeht für das Geschäft? Ich glaube nicht. Also wir haben die, nee, ich glaube nicht. Das ist ja ein Krölkörpergröße wahrscheinlich. Ja. Auch deswegen, ne? Ja, Felix, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal als nächstes die Gondel im Detail an. Wir stehen jetzt an einem der Gondeln vom Escape und mir ist eben aufgefallen, das sieht so ähnlich aus wie hier oben, so eine Autobremsscheibe. Ist das richtig, Felix? Ist das eine Bremsscheibe oder wofür ist das gedacht? Die ist zum Abbremsen der Gondel da am Fahrtende, damit die Gondel schneller in die Nullposition kommt. Und wenn die dann runtergebremst wurde, fährt dieser Zylinder aus und drückt diese Rolle hier rein, damit die Gondel arretiert wird und nicht mehr hin und her kann. Dann stimmt. Die ist jetzt auch fixiert, ne? Genau. Das ist fürs Ein- und Aussteigen besser, da kann sich nicht mehr hin und her bewegen. Ja. Und das ist natürlich ein Verschleißteil, ne? Ihr habt natürlich auch keine Erfahrung. Wie lange hält so eine Bremse an einem Fahrgeschäft? Das ist eine gute Frage. Es kommt ja auf die Nutzung an. Also wir machen es sogar teilweise so am Fahrtende, dass wir die Gondeln sich schon vorher beruhigen lassen, dass man lieber den nochmal eine Runde durchdrehen lässt. Und dann brauchen sie auch nicht so lange, bis sie in der Nullposition stehen. Ja. Dann geht das auch schneller. Ja. Und ich glaube, der Hersteller von dem Fahrgeschäft ist Mondial, ne? Ja. Also da, was das Thema Ersatzteile angeht, ist wahrscheinlich dann auch nicht so schwierig, ne? Die gibt es schon relativ lange. Ich weiß gar nicht, wissen wir, ich weiß es selber gar nicht, ich weiß nicht zufällig, wie lange es Mondial schon gibt? Ich glaube so, ich glaube 1987. 1987. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber so ungefähr kommt das hin. Du hast ja doch schon eine relativ lange Historie. Ähnlich wie Schwarzkopf zum Beispiel, wobei die sind um die Zeit, glaube ich, insolvent damals gegangen, wo dann Gerstlauer draus entstanden ist. Und ihr habt ja vorher schon mal ein Mondialgeschäft gehabt, oder? Ja, der Escape ist jetzt unser drittes. Euer drittes Geschäft. Vielleicht sagst du den Zuschauern mal, welche Geschäfte ihr vorher betrieben habt. Das erste Mondialgeschäft war der Topscan Poseidons Rache. Und dann kam die Riesenschaukel Artistico. Und jetzt der Escape. Ja, und ich muss sagen, der Escape ist echt wirklich gelungen. Ja, und gibt es sonst noch Verschleißteile am Fahrgeschäft, Felix? Ich denke mal, das wird die Zeit zeigen, was ein Verschleiß da werden wird. Wie seid ihr eigentlich auf die Bügel gekommen? Ich glaube, wir wechseln jetzt einfach nochmal und zeigen euch mal die Bügelverriegelung, weil ich finde, das ist auch nochmal was Besonderes und anders wie bei anderen Fahrgeschäften. Ja, ich nehme jetzt mal Platz in so einer Gondel. Und ihr seht, man sitzt hier sehr bequem drin. Und das Ganze ist mit einem, ja, einem, wie nennt es das? Beckenbügel, oder? Ja, ich mach den mal. Ja, jetzt sitzt er, jetzt sitzt er fest. Also man sitzt hier in einem Beckenbügel drin. Und habt ihr euch bewusst dafür entschieden, oder war das vom Hersteller vorgegeben? Konntet ihr auch Schultergurte wählen? Wie ist das Ganze entstanden? Das war jetzt vom Hersteller so vorgegeben und Schulterbügel sind ja hier noch nicht einmal notwendig. Und vor allem, man hat ja auch ein viel freieres Gefühl durch den Beckenbügel, weil man ja obenrum komplett frei ist und nicht durch den Schulterbügel bangt ist. Ja, das stimmt. Man sitzt wirklich fest drin. Und ja, und ich glaube, nach der aktuellen DINOM, ich hatte hier von Ghost Rider eine Reportage gemacht, der ist umgebaut worden. Kann ich euch empfehlen. Ich blende euch hier oben mal den Link ein zu der Reportage von Ghost Rider. Und zwar nach der aktuellen DINOM müssen alle Gondeln, sag ich, alle Sitze müssen einzeln überwacht werden. Das ist wahrscheinlich hier auch so. Du siehst quasi für jeden Sitz, dass der verriegelt ist, bevor du losfahren kannst, oder? Ja, wenn irgendein Sitz nicht verriegelt ist, dann macht das Ding hier gar nichts. Dann fährt er nicht los, der macht nichts. Ja, und ich muss sagen, ist auch gut. Vor allen Dingen Sicherheit geht dann auch am Ende des Tages vor, muss man sagen. Und gerade beim Fahren kann ich auch sagen, ist es auch echt genial, weil gerade, wie du eben schon gesagt hast, diese freie Position und das Ganze dreht sich auch so, dass man quasi so ein bisschen nach vorne gebeugt ist und man hat dann auch genau dieses Gefühl, freischwebend zu sein. Und das macht es dann auch zu einem einzigartigen Fahrerlebnis, finde ich, was so kein anderes Fahrgeschäft in dieser Art und Weise bietet. Vor allem, man hängt ja dann auch nur noch in dem Bügel, wenn die Gondel herumschwingt und man dann nach unten schaut. Da wird man ja nur noch vom Bügel gehalten. Und was man hier oft hat, dass ungefähr die Hälfte Drehung, dass die Gondel sogar oben bleibt. Und dadurch hängt man ja einige Sekunden lang in den Bügel drin. Das ist auch Wahnsinn, ja. Ja. Ja, das stimmt, da hast du recht. Und ja, also wie gesagt, ich finde es ein tolles, hier steht es auch drauf, Mondial. Ja, und ich denke, da könnt ihr echt stolz drauf sein, dass ihr das Geschäft hier erworben habt. Ja. Felix, wie seid ihr eigentlich auf den Namen Escape gekommen? Ja, der Name Escape ist ja schon die Herstellerbezeichnung. Und eigentlich haben wir zuerst gedacht Escape. Ja, Escape Room. Dunkel, grau. Das wollten wir aber nicht. Das gefällt uns nicht. Und dann waren wir schon mit dem Designer verabredet. Und ja, nochmal kurz davor gegoogelt, ob man vielleicht irgendwas findet. Einfach mal Escape eingegeben. Und dann wurde uns ein Spiel ausgespuckt. So ähnlich wie Mensch ärgere dich nicht. Und das handelt davon, die Flucht aus einem einstürzenden Tempel. Ja, das stimmt. Und das ist ja hier unsere Kulisse. Ja. Und dann hatte man schon mal die Grundidee und dann konnte das dann alles entworfen, erarbeitet werden und zudem gemacht werden, was es jetzt ist. Ja, und das ist wirklich toll geworden. Vor allem, das ist nicht foliert. Viele Fahrgeschäfte werden inzwischen foliert. Und ihr habt ja wirklich, das Ganze ist wirklich handgemalt, ne? Ja, komplette Pinselmalerei, das komplette Geschäft. Das ist Wahnsinn. Also ich muss sagen, das ist schon sehr beeindruckend. Gibt es auch bestimmte Stilelemente, die du beeinflusst hast? Gibt es dir, die hier drauf wiederzufinden sind, die ihr sozusagen selber ausgesucht habt, die euch persönlich jetzt mit dem Fahrgeschäft zum Beispiel verbinden? Ja, wir haben uns ja selber draufmalen lassen auf der Rückwand. Ich glaube, wir zeigen das mal. Wir wechseln mal gerade darüber. Ja. Ja, jetzt stehen wir hier an dem Kunstwerk. Und zwar ist das, das ist, glaube ich, eure Familie, ne? Vielleicht erklärst du mal, wer hier an welcher Position zu sehen ist. Ja, die Fahrerin ist meine Mutter. Ja, ja. Daneben sitzt mein Vater. Und zum Schluss sitze ich im Auto. Ja, ist cool. Und hier ist noch mein Großvater zu sehen. Ja, das... Hier haben wir uns quasi selbst verewigt. Ja, das ist eine gute Idee. Und ihr seid auch schon, ihr seid wirklich eine Schaustellerfamilie, traditionell. In welcher Generation seid ihr Schausteller? Ja, ich bin jetzt die fünfte Generation. Ja, Wahnsinn. Und auch als ich deinen Vater jetzt in Düsseldorf gesprochen habe, deine Mutter am ersten Tag. Ihr seid ja auch wirklich hier so ein Team. Ihr arbeitet alle zusammen in der Kasse. Ihr tauscht euch da aus. Mal rekommendierst du, mal rekommendiert dein Vater, deine Mutter an der Kasse. Und das ist echt cool und abwechslungsreich. Und ich finde auch, gerade das macht die Schaustellerei aus, dass man sozusagen alle zusammenhalten, auch wenn jemand was kaputt geht. Dann geht man einfach zum Kollegen rüber und dann hilft man sich dann, ne? Ja, ist echt klasse. Ja, Felix, ich würde sagen, sollen wir dann mal umziehen zur Technik? Ich glaube, das ist auch ganz interessant, mal zu sehen, wie das Ganze hier bedient wird. Wir sind jetzt quasi in der Schallzentrale von dem Escape, sozusagen das Herzstück. Und Felix, ihr habt hier so einen supergeilen Fahrschip. Der ist mir direkt aufgefallen. Und vor allen Dingen, ihr seht, der ist relativ groß hier. Und du hast mal auch schon gesagt, die Sammler, die sind da richtig hinterher. In Düsseldorf sind da viele Chips von weggegangen, an Sammler teilweise. Also, von den beiden Tüten, die wir hatten, von den beiden Farben, ist jetzt ein Viertel übrig, ne? Wahnsinn. Also, viel ist es nicht mehr. Ja, aber vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wer noch so ein Chip haben möchte. Ihr habt genug davon da im Moment noch, beziehungsweise ihr wollt auch zukünftig diese großen Fahrschips weiter im Einsatz haben, ne? Ja, wir haben schon in Düsseldorf wieder welche bestellt. Ja. Dauert acht Wochen. Acht Wochen, das ist Wahnsinn. Ist das so eine typische Zeit oder ist es der aktuellen Lieferketten? Aktuell, das war sonst schon schneller. Ja. Vor allem, es wären ja jetzt nicht neue Designs gewesen oder andere Farben, wir hätten ja die gleichen, haben die gleich noch bestellt. Ja. Und das ist wie alles andere im Moment auch, es dauert. Ja, das ist unglaublich. Also, teilweise, wenn man sieht, wie lange man auf bestimmte Dinge wartet. Ja. Drei Monate, ja. Aber ihr habt mir schon gesagt, ihr habt einen Plan B. Ihr habt noch Fahrschips von eurem Batistico. Batistico, ja. Da haben wir noch welche rumliegen. Und falls uns die Escape-Fahrschips ausgehen, dann werden wir auf die zurückgreifen müssen. Ja. Ja, also noch habt ihr eine Chance hier auf der Alakamase in Düren so ein Chip zu bekommen. Also eine Riesenempfehlung, der sieht echt cool aus. Und ich habe mir auch zwei Stück davon mitgenommen und hänge die im Bilderrahmen auf. Weil gerade diese coolen Chips, muss ich sagen, die machen sich ganz gut mit einem Foto vom Fahrgeschäft dann an der Wand und sind ja noch was Besonderes. Ja, Felix, dann würde ich sagen, wir haben uns jetzt das Geschäft angesehen. Und das ist jetzt sozusagen das Herbstück, die Schaltzentrale vom Geschäft. Ja. Das ist auch wieder Siemens-Symatic. Ich glaube, das ist so der Standard auch. Ja. Das findet man eigentlich ziemlich überall mittlerweile. Das ist alles SPSS-Programmierung. Ja, das ist überall die ganze Technik drin. Ja, du sagst mir ja gezeigt, hier unten drunter so ein Kabel. Also früher gab es hier so ein Riesen-Steuerkabel. Da ging ganz viel so ein Riesen-Kabelbau und ging ins Fahrgeschäft rein. Und hier ist es zwei dünne Kabel, die zur Schalttafel gehen. Mehr ist es nicht. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Wie da die Technik weitergegangen sind. Und die Technik, die sitzt vorne, sitzt sie im Mittelbau oder wo habt ihr auch eine Schalttafel? Ja, die sitzt hinten im Mittelbau drin. Einmal unten, die Frequenzumrichter sind unten alle untergebracht. Und auf der anderen Seite die Sicherung. Dann haben wir auch noch hier oben in der Mitte für jedes einzelne Kreuz einen Schaltschrank verbaut. Und dann auch noch zwei Schränke, die nur vom Licht sind. Ah ja. Ja, Licht ist auch immer so. Und ihr habt ein Moving jetzt drauf, ne? Habt ihr den in Düsseldorf auch schon drauf gehabt? Oder sind die neu? Die haben wir auch schon in Düsseldorf drauf gehabt. Ja, das ist echt cool. Ich weiß gar nicht, ist ein Düren-Nebel erlaubt. In Düsseldorf war es ja leider nicht erlaubt. Also ich weiß jetzt hier nichts von der Nebelverbot. Ja, das wäre cool. Also es macht nochmal so ein Grab auch mit der Fahrt. Ja, da bin ich schon mal gespannt, wie das Ganze sich mit dem Nebel dann hier... Ich auch. Wir warten auch noch auf Drehbelmaschinen. Ja. Weil eine haben wir noch, Formatistico. Und drei haben wir jetzt noch bestellt gehabt. Aber da sind wir wieder bei Lieferzeiten. In Lieferzeiten, ne? Das ist auch schon ein paar Monate her, dass wir die bestellt haben. Ja. Und es dauert. Weil wir haben hier die vier Kisten, wo die reinkommen, kommen. Und dann fahren sie ja den ganzen Tag mit. Ah, dafür sind die Kisten da, ja. Ja, jetzt verstehe ich, ja. Ja, ich zeige euch das gleich nochmal dann in der Mitte. Das sieht wirklich interessant aus da. Das ist eine gute Idee. Habt ihr das so vornherein eingeplant oder wie ist das dazu gekommen? Ja, wir wollten die Nebelmaschinen jetzt nicht offen stehen haben. Und wir wollten sie auch nicht wegpacken müssen jeden Abend. Ja. Also auch ein bisschen Faulheit. Und da sind sie in der Kiste drin, sind gesichert. Und man braucht nur eben den Kanister tauschen, wenn der leer ist. Und sonst brauchen wir nichts zu machen. Ja. Ich kann die auch vom Steuerpult den Strom abschalten. Sprich, dann sind sie auch aus. Ja. Das ist praktisch echt gut. Schauen wir uns jetzt mal das Steuerpult im Detail an. Und ich baue mal die Kamera um, damit ihr auch mal ein bisschen mehr sehen könnt davon und nicht nur uns beide jetzt hier. Ich denke, euch interessiert die Technik genauso wie mich dann am Ende des Tages. Ja, Felix, dann ist das ein wirklich ein riesen imposantes Steuerpult. Und da hast du da vorne so riesen Pultis. Sind die für die Fahrt oder wofür ist das gedacht? Ja, die sind für den Fahrbetrieb. Das hier ist, um die Radscheibe zu steuern nach links oder rechts. Und das gleiche haben wir dann auch nochmal für die Kreuze, die sich dadurch auch regulieren lassen. Ja, das ist ja wirklich genial. Ja, sonst hat man immer so kleine. Ist es generell, wovon ist es, weißt du, wovon es abhängig ist? Viele haben ja nur noch so Stufenschalter. Und das ist wahrscheinlich auch abhängig von der Geschwindigkeit. Dann von den Fahrgeschäften auch noch, ob Stufenschalter wahrscheinlich verbaut werden müssen. Oder ob man noch Pultis drin haben darf. Weißt du das? Ich denke, also ich denke jetzt, das ist abhängig, was man selber vielleicht will, beziehungsweise was der Hersteller verbaut. Zum Beispiel, hier haben wir auch die stufenlosen Pultis. Und beim Artistico hatte ich auch ein Pulti für die Gondel. Die konnte ich auch stufenlos die Geschwindigkeit regeln nach links oder rechts. Und da dann auch den Joystick zum Schaukeln. Ah ja, stimmt, da gibt es Joysticks, ne? Habe ich auch schon mal gesehen. Das ist tatsächlich für den dann, wie beim Computerspiel, ne? Um den anzuschubsen dann. Ja, das ist cool. Wie hoch war eure Artistico Schaukel? Die hat auch 46 Meter geschaukelt. Ah ja, das ist auch ein ganz, ganz ordentliches Teil. Ich stelle noch mal ein Bild davon ein, von dem Artistico. Ich denke, das interessiert den einen oder anderen bestimmt auch, wie das Geschäft ausgesehen hat. Und wie wird jetzt so eine Fahrt starten? Was musst du dann beachten? Also, ich drücke dann hier erstmal auf Bügel schließen. Dann gehen die Bügel runter. Beziehungsweise ist es hier so, man kann an den Gondeln selber die Bügel schalten. Dann gehen die Bügel schon mal runter, sind aber noch nicht komplett verriegelt. Das Verriegeln mache ich immer hier, über diesen Knopf. Und dann kann ich hier im Display sehen, da sind im Moment sämtliche Zahlen rot. Die hören auf zu leuchten, wenn die Bügel verriegelt sind. Und dann kann ich auch sehen, ob was nicht verriegelt ist. Und wenn was nicht verriegelt ist, dann fährt das Ding nicht los. Dann fährt das Ding keinen Meter und macht gar nichts. Und wenn alles verriegelt ist, dann kann ich auf Start drücken. Und dann fangen an, was hier völlig automatisch ist, fangen an die Türme hochzufahren. Und die verriegelt sich auch nochmal von selber durch den Bolzen. Ja, stimmt. Das sind zwei Modis quasi. Ihr müsst quasi einmal hochfahren. Die werden hydraulisch hochgefahren und dann komplett per Bolzen verriegelt. Und dann werden die Bremsen der Gondel gelöst. Und dann kann ich erst beginnen, die Platte zu drehen und die Gondel zu drehen. Das mache ich ja dann hier, stufenlos mit meinen Potis. Und wenn die Fahrt dann zu Ende ist, brauche ich hier eigentlich nur auf Stop zu drücken. Dann bremst ich davon alleine ab. Die Gondelbremse von alleine. Wenn jede Gondel ihre Nullposition hat, dann wird der Bolzen von den Türmen erriegelt. Und dann fahren die Türme runter. Ah ja. Und ich merke schon, wenn es Potis sind, dann habt ihr auch keine vorprogrammierten Programme. Sondern ihr seid auch ein Freund, jede Fahrt individuell sozusagen für den Kunden zu gestalten. Oder für den Kürzungsbesucher. Und ich finde, das ist auch irgendwie wichtig. Also ich bin total kein Freund von diesem Fahrprogramm. Zack, drei Minuten, Ende. Und dann muss man die gleiche Fahrt nochmal starten oder rückwärts. Und ihr habt ja einfach den Freiraum auch dann individuell zu gestalten. Ja. Und ich finde, das zeigt, dass meine Sicht auch dann wirklich den richtigen Kürzungsfan aus. Der sagt, hier so ein Fahrgeschäft muss halt auch mit Herzblut dann betrieben werden. Ja. Hier ist theoretisch beides möglich. Also wir fahren immer manuell, aber man kann auf Automatik umschalten. Ja. Und dann hat man die Möglichkeit, sich zehn verschiedene Fahrprogramme abzuspeichern, beziehungsweise vorher aufzunehmen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein schönes Fahrprogramm hatte, dann speichere ich das ab, wenn ich das will und dann kann ich das durchfahren lassen. Kannst du auch sagen, du drückst jetzt den Knopf, jetzt nehme ich die Fahrt auf und dann spielt der mir quasi die nächste Fahrt identisch ab. Ja, und wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf dem Knopf die Fahrt abspeichere, dann drücke ich nur auf den Knopf und dann fährt er die Fahrt ab. Ach, cool. Und die kannst du auch direkt aufzeichnen. Also ich stelle mich gerade so Plug und Play. Ich drücke auf den Knopf, jetzt zeichne ich jetzt die aktuelle Fahrt auf und die nächste Fahrt macht er identisch. Also auch das geht direkt. Aber das ist ja genial. Das finde ich nicht schlecht, dass man das so gestalten kann. Ja, dann die, genau, die Lichttechnik, die hast du dann separat, glaube ich, nochmal, ne? Die kann ich hier steuern, kann ich dann sämtliches Licht einschalten, beziehungsweise auch dann quasi Strom auf die Nebelmaschine geben, weil ich das hier ausschalten kann. Kann man die Platte auch rechts und links bewegen? Kannst du beide Richtungen fahren oder bist du da eingeschränkt? Keine Einschränkung. Ich kann den rumdrehen, wie ich will, nach Lust und Laune, links rum, rechts rum. Das kann ich wechseln, wie ich möchte. Das ist cool. Ich blende euch auch oben mal hier den Link ein. Ich habe in Düsseldorf so eine coole 6-Minuten-Fahrt. Bei Nacht aufgenommen. Und das ist echt imposant. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Und Felix, hättest du Lust oder können wir uns mal vielleicht die Anlagen unten drunter angucken? Ich glaube, das wäre auch ganz spannend, mal die Anlagen unten zu sehen. Ja, kein Problem. Können wir machen. Wir stehen jetzt quasi unter dem guten Stück, Felix. Und man sieht hier vorne schon die Zahnräder von der Platte mit dem Motor drunter. Beziehungsweise das ist auch das, was dann typisch jeden Tag abgeschmiert werden muss, oder? Ja, sämtliche Kugeldrehverbindungen werden jeden Tag abgeschmiert. Und auch hier die einzelnen Zähne werden jeden Tag abgeschmiert. Wir haben hier einmal den Hauptdrehkranz und dann hier außen noch die beiden Zahnräder von den beiden Motoren. Weil einmal hinten ist ein Motor verbaut und vorne auch. Ja. Das wird von zwei quasi gleichzeitig angetrieben. Genau. Der erste gibt den Ton an und der zweite läuft unterstützend mit. Und die Zahnräder werden jeden Tag einmal geschmiert. Einmal geschmiert. Was habt ihr so für als Wartungsaufwand ungefähr pro Tag? Ja, alles in allem. Halbstunde bis Stunde. Also eine gute Zeit. Man will ja auch eher fahren und Spaß haben mit dem Geschäft hier. Aber hast du jetzt in der letzten Woche auch schon so ein besonderes Erlebnis gehabt mit dem Escape, wo du sagst, Mensch, das ist dir besonders in Erinnerung geblieben, wo du einen Fahrgast hast, ein bestimmter Fahrgast oder irgendwie sowas. War es die Taufe vom Geschäft? Hast du so ein Highlight schon, wo du sagst, Mensch, das ist mir jetzt in Erinnerung geblieben in der ersten Woche? Ja, also viele glückliche Besucher. Freut man sich auch. Und ja, es hat Spaß gemacht. Die ersten beiden Tage hat man die komplette Anspannung, läuft das Geschäft, haut es technisch hin. Da ist jeder kleine, klitzekleine Sache, ist quasi der Weltuntergang, weil du die Anlage ja noch nicht kennst. Da freust du dich erst mal, wenn du die ersten paar Tage vorbei hast. Und dann kommt auch langsam die Routine auf. Du kennst langsam die Tics des Geschäfts. Wie macht es wo was? Du lernst neue Techniken. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die das aber dann enorm erleichtern. Ja, das glaube ich. Ich weiß, als ich deine Mutter getroffen habe am ersten Tag, ich war richtig, man merkte richtig, weil die hattet ja das Thema, ist das Ding familienfreundlich? Und sie fragt auch, ist das familienfreundlich? Wie ist ihre Meinung dazu? Ja, das ist super familienfreundlich. Und genau, das war euer Ziel. Und da merkt man richtig wieder, die Erleichterung bei euch dann da auch gekommen ist. Ja. Ja, super. Also wie gesagt, ich finde es super spannend und gerade hier so den Einblick für die Technik zu bekommen, ist schon echt klasse dann. Kann man sagen, wie viel Leistung die Motoren haben, die die das antreiben, weißt du, aus dem Kopf? Nee, auf dem Typen-Schild steht aber leider keine KW-Zahl, wie viel KW der Motor macht. Bei der Matistico stand es drauf, das war ein 55 KW pro Motor, aber hier steht es nicht drauf. Aber ich wollte auch wissen, ich habe dann drauf geguckt, aber es steht leider nicht drauf. Ist das spannend, ja. Oder ich habe es überlesen, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Schnitt haben die Fahrgeschäfte generell immer so 150 KW, 150 KW, meistens immer Anschlussleistung. Oh, so zusammen, ja. Früher stand immer so 150, 100 KW Lichtleistung, ganz früh mit den, das hat sich zum Glück geändert. Ich glaube, heute kommt man wahrscheinlich auf 3, 4 KW oder 5 KW für die Lämpchen noch, oder? Ja, was hat er dir hier angezeigt? Ich glaube, 18 KW oder so ungefähr, weil ich kann bei mir vor dem Steuerpult den kompletten Verbrauch sehen. Ah, cool. Sämtliche Verbrauchs, was der auf den einzelnen Phasen verbraucht, alles. Ja, das ist klasse. Also das ist auch nochmal echt ein Mehrwert, den man ja hat durch die Technik. Was auch, was die Motore ziehen, wenn sie beschleunigen müssen, wie viel Ampere die ziehen müssen, dann habe ich da auch draufstehen. Die Spitzen, kann ich alles sehen. Ja, cool. Also ich finde das klasse. Mich gerade als Selbstmacher, ich habe mal Elektriker gelernt, ich habe es schon mal in der letzten Reportage gesagt, bevor ich studiert habe. Mich hat das auch immer super gepackt, also gerade so Fahrgeschäfte, was haben die für Anschlussleistungen, wie ist die Technik da dran. Und deswegen super, danke Felix, dass du uns hier die Einblicke ermöglicht hast an der Stelle. Ja, wir haben ja auch hier noch was Besonderes. Die beiden Anhänger haben wir mit untergeschoben, mit eingebaut. Ah, stimmt, ja. Dadurch spart man sich das Wegfahren beim Aufbau bzw. das Reinholen beim Abbau und hat dadurch enorm viel Zeit gespart. Und kann dann direkt weiterarbeiten. Ja, und wie ist der Aufbau dann? Ihr baut im Prinzip den Mittelbau quasi in Waage, ne? Ja, der ist ja ein Wagen. Hm. Der wird hingefahren, ist wieder ausgemessen. Und wenn der richtig steht, dann wird der Mittelbau schräg gestellt. Hm. Weil hier muss er ja schräg stehen, nicht gerade. Und dann ist ja ein Rückwandbild, ist ja auf dem Mittelbau geklappt. Ja, dann wird die Rückwand gebaut. Die Bilder kommen immer abwechselnd, links und rechts, links und rechts. Und wenn die dann steht, wird der Anhänger hier untergeschoben. Hm. Und dann kommt der nächste Anhänger mit den Fußböden. Und dann wird vorne erstmal der Fußböden gebaut, wo die Kasse draufkommt, die Kasse gestellt. Und dann können hier die Ausleger ausgeklappt werden. Und wenn die dann ausgeklappt sind, können die Fahrbahnfußböden hier komplett verlegt werden. Und dann kann der zweite Anhänger auf die andere Seite untergeschoben werden. Und dann wird vorne der Fußböden noch komplett geschlossen. Und dann kommt der dritte Anhänger, wo die Gondeln drauf verladen sind. Ja. Wenn die positioniert, dann nur noch die Dekosäulen, Scheinwerferkästen und dann ist die Kranarbeit abgeschlossen. Ja. Und... Ach, es wird mit Kran aufgebaut. Alles. Also wirklich alles wird hier mit dem Kran gemacht. Selbst die Holzplatten hier werden mit dem Kran gelegt. Die sind zusammengeschraubt und werden einfach nur mit dem Kran gelegt. Und... Eigentlich alle Deko-Elemente werden mit dem Kran gesetzt. Und dann steht das Geschäft. Ja, und wie viele Leute braucht ihr zum Aufbau bzw. Abbau? Wir haben im Moment zwei feste Angestellte. Und den Rest machen wir durch Aushilfen. Und wir hatten jetzt beim Aufbau hier, hatten wir noch zwei bis drei zusätzliche Aushilfen. Weil teilweise keine Konsin und Vormittag. Und dann haben wir noch eine andere als Aushilfe. Und das hat gut funktioniert. Man musste auch eine Balance finden, dass man nicht zu viele Leute rumrennen hat. Weil teilweise, sie stehen für nichts rum. Weil sie wissen ja nicht, was man machen soll. Ist ja verständlich. Und man muss ja selber überall Blick drauf haben, dass alles richtig abläuft. Und dann kann man ja sagen, gut, man nimmt zwei Leute weniger. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel auch immer die gleichen Aushilfen hat, wissen sie auch teilweise, was sie schon machen müssen. Was dann auch enorm Zeit spart und praktisch ist. Und das hat man hier jetzt im Aufbau gesehen. Dann haben wir erklärt am Anfang. Super funktioniert. Rückwandstand hatten wir am Mittag stehen. Alles super geklappt. Und jetzt gestern auch den Rest. Hat alles super funktioniert. Der Aufbau. Enorm viel Zeit erspannt. Schon jetzt beim zweiten Mal. Ja, ich glaube, ihr müsst ja auch erst die Erfahrung machen. Das ist jetzt das erste, zweite Mal aufbauen. Habt ihr das vorher schon mal aufgebaut? Oder war jetzt Düsseldorf wirklich... Habt ihr mal einen Platz aufgebaut? Oder war Düsseldorf das erste Mal dann gewesen? Also der Komplett, das war jetzt in Düsseldorf der komplette erste alleinige Aufbau. Und wir hatten ja teilweise vorher während des Baus, das erste, was hier von fertiggestellt wurde, war die Rückwand. Damit die bemalt werden konnte. Und die haben wir schon oft bei uns in der Halle auf und abgebaut. Dann, wo sie fertig war, hatten wir sie bei uns hinten auf dem Hof einmal komplett aufgebaut, weil wir sehen wollten, wie sieht es aus. Und dann wurde beim Mondial aufgebaut. Nur da waren wir jetzt auch nicht jeden Tag da, weil wir noch zu Hause einiges zu tun hatten. Und dann teilweise haben die ein Teil aufgebaut. Dann waren wir wieder da, haben auch was mitgemacht. Und abgebaut haben wir komplett. Und dann ging es dann auf Düsseldorf. Ja, cool. Und wann hast du das Fahrgeschäft zum ersten Mal gefahren? Ihr habt das schon vor, ich glaube, vor mehreren Jahren ausgewählt. Habt ihr nur die Skizze gesehen oder gab es einen Moment? Wie lange ist es her von heute ungefähr, wo du zum ersten Mal wirklich dieses Geschäft gefahren bist? Ja, gefahren, das war jetzt kurz vor Düsseldorf, wo aufgebaut stand bei Mondial. Und die Idee hatten wir ja, wir haben ja September 2019 in Artistico verkauft. Und dass ein neues Geschäft kommt auf jeden Fall. Ja, das war sicher, aber wir wussten noch nicht was. Ja. So, weil der Verkauf kam ja auch sehr plötzlich für uns. Und da haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, was machen wir jetzt für ein Geschäft? Und dann hat er uns das Mondial vorgestellt. Und dann haben wir uns das durch den Kopf gehen lassen, überlegt. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und das ist ja auch schon, bald ist es drei Jahre her. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Das ist, wie die Zeit vergeht. Vielleicht war es sogar Glück für euch, dass es 2019 war mit dem Verkauf, dass er quasi genau in die Corona-Pandemie kein Geschäft da zu Hause rumstehen gehabt hat. Ja, das denkst du auch nicht. Ja, das war echt gut. Vor allen Dingen zuerst, wo du das anfing, hast du gesagt, ja gut, dann ist jetzt mal ein paar Wochen nichts oder so. Aber dass das alles so passiert und das alles, da denkst du nicht zuerst dran. Ja, ich glaube nicht. Also wir zumindest nicht, haben wir nicht gedacht. Ja. Weil wir hatten zum Beispiel geplant, weil das war ja Großteil der normalen Saison 20, nicht draußen sind okay. Und dann haben wir auch, fahren wir mal da auf den Platz hin, holen wir mal die Kollegen. Und da hat man sich schon richtig drauf gefreut. Ja, und dann kam Corona. Ja, das ist gar nichts mehr. Wahnsinn, ne? Und dann von heute auf, von einem auf den anderen Tag. Ja, und ich kann sagen, für uns war das eher die Herausforderung damals, dass der Kleine dann zu Hause sitzt und keine Kita nix ist und Homeoffice. Und war, ja, war für uns alle eine herausfordernde Zeit. Und deswegen können wir froh sein, dass der Spaß jetzt hier wieder auf die Kirmes zurückgekommen ist und gerade mit so einer tollen, hier einzigartigen Weltneuheit, wie der Escape, machen das ist einfach klasse dann, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, wir ziehen dann nochmal um nach vorne. Felix, vielen herzlichen Dank für diese Eindrücke, die du uns gegeben hast und diese Backstage-Reportage, die endet jetzt im Prinzip, ja, bei einem Feuervogel hier oben drauf. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Thema, ja, das Geschäft, das nennt sich Escape Flight of Fear, nämlich genau, hier sind ganz viele von den Feuervögeln drauf, dass man nämlich genau vor diesen Feuervögeln dann flieht, oder? Ja. Ja, das ist echt ein cooles Thema. Ja, und mir hat das super viel Spaß gemacht mit dir, Felix. Also wirklich herzlichen Dank auch nochmal hier. Gerne, immer wieder gerne. Dass du das möglich gemacht hast. Und ich glaube, ganz viele finden das auch gut. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch zukünftig wieder einschalte, wenn es heißt Giant Fun Blog. Bleibt gesund. Bis dahin, euer René. Bis dahin, euer René. Bis dahin, euer René. Bis dahin, euer René. Bis zum nächsten Mal.